Ich bin Tanja Kehlenberg und arbeite im Spital des Graufelds. Ich war schon früher, auch da meine Mutter, sie ist sehr objektiver Frau, in den Beruf eingegangen. An der Abschlussarbeit der Grundschule habe ich eine soziale Arbeit gemacht, in der ich den Leuten helfen konnte, putzen, Schaubezugen pflegen. Dort habe ich gemerkt, dass es mich zügig macht, diesen Leuten zu helfen und sie eine Dankbarkeit zu führen. Die SwissKills ist mein Ziel, weitere Erfahrungen zu sammeln für die Zukunft, mich weiterentwickeln mit den Trainings, die ich hinter mir habe, mit meinem Fussbild noch. Und natürlich auch, dass ich mit meiner Leistung selber zufrieden sein kann und glücklich auf die SwissKills zu schauen, egal welchen Rand das führt.